Am Sonntag verwandelte sich das Tempelhofer Feld wieder zu einer großen Showbühne. Auf dem Click-To-Konzert der Deutschen Telekom spielten Künstler wie Frieda Gold und die Fantastischen Vier. Diese hatten sich einiges vorgenommen für den Abend. Das ist natürlich, also wir spielen jetzt zum ersten Mal auf dem Tempelhofer Feld. Und obwohl man es nicht mehr darf, werden wir abheben. Die Stimmung auf dem ehemaligen Flughafengelände war super und die Konzerte kamen bei Klein und Groß gut an. Auch zu sehen war Christina Stürmer, die begeistert war von den Berliner Fans. Wir haben ja doch ein paar Fans hier in Berlin und die waren heute auch dabei und noch ein paar mehr, weil im Tempelhof passen ja doch ein paar tausend hin. Das Highlight des Abends war der Auftritt des französischen DJs David Guetta, der auch die meisten Fans hatte. Wir kommen ganz weit her aus Leipzig und ja, hauptsächlich wegen David Guetta. Also auf jeden Fall David Guetta. Darauf warten wir. Aber die Fanta 4, die muss man auch mal natürlich erlebt haben. Auf jeden Fall. David Guetta for life. Am Ende des Abends war das Tempelhofer Feld geflutet von Licht und elektronischer Musik. We're at home, 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 we're at home. Untertitelung des ZDF für funk, 2017